Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rap, I know I was always prepping, oh my god, I'm alive, my words. Herzlich willkommen in unserem Kanal. In diesem Video werde ich euch einfach zeigen, wie ihr ein sprechendes Virus erstellt. Also ein ungefährliches Virus, der schädigt eure PC, laptop oder nicht, also das ist ungefährlich. Ihr müsst nicht Angst haben, dass eure PC geschädigt wird oder so. Und das macht auch ein bisschen Spaß. Als erstes geht ihr in eure Lieblingsschreiben da. Ich gehe in mein Wordpad, weil das bei mir ist. Danach schreibt ihr einfach das Code, das werdet ihr euch zeigen. Da schreibt ihr D-I-M, F-N-A-M-E, dann da unten Z, S-E-T, O-B-J, K-O-S-V, O-I-C. So, O-B-J, ist gleich, Create, Object, und dann Klammer auf, das steht, oben da. Dann schreibt ihr S-A-P, Punkt, S-P-Voice. Ich werde auch mal groß zeigen. Wenn ihr euch nicht lesen könnt, ist das in Beschreibung gegeben. Und da könnt ihr einfach kopieren und dann das speichern. Dann unten wieder, O-B-J, Voice, Punkt, Speak. Ups, Speak, Klammer auf, wieder, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. A lange Text, zum Beispiel, ich schreibe, hallo, wie geht's, up, wie geht's, dann das, Klammer zu. Danach speichert ihr, als, wartet, ich zeig gleich. Da könnt ihr alles schreiben, zum Beispiel, ich schreibe, sprechende Virus. Das Wichtigste ist, dass dahinter immer VPS sein muss. Wenn das nicht ist, dann klappt es auch nicht. Deshalb müsst ihr da aufpassen. Und speichern. Ja, da. Danach wartet, ich zeig's euch gleich. Danach kopiert ihr das einfach da im Bildschirm da. Jetzt drück ich jetzt einmal da. Hallo, wie geht's? Sie sagt, hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Ja, das könnt ihr einfach da stellen und noch schreiben. Das macht auch ein bisschen Spaß. Und ja, lass deinen Daumen hoch und abonnieren, nicht vergessen. Und ciao.